So sieht in Schweden im Winter der Sonnenuntergang aus und so, wenn man hier einfach mal rumsteht im kalten Eis. Wir sind aber hier mit Skoda und die haben uns diverse Allradmodelle fahren lassen. Ich habe mir genau den ausgesucht, den Superb Kombi. Unter der Haube ein 2 Liter TDI 200 PS, Allradantrieb, schönes Matrixlicht. Ja, die Felgen sind Winterreifen mit Spikes drauf. Aber warum ich den halt so mag, weil der so einen riesen Kofferraum hat und nicht nur das, auch in der zweiten Sitzreihe hast du Platz ohne Ende. Zudem, die Sitze sind bequem, die 7 Gang Automatik, das GSG schaltet super und du kannst hier wirklich schön Strecke machen und Spaß dabei haben.